Musik 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 Oha, ich will so'n Fisch fangen Käse mangeln Schaff ich das, bevor die Runde anfangen? Ups, Allah, das war nicht so gut Ich mach mal die Musik hier wieder an Das war nicht gut Ja, man kann die Fische leider nicht nehmen Aua! Nein! Innocent Harry, Harry hat mich gerade angeschossen Wo ist das denn? Jemand hat mich gerade angeschossen Du warst nicht Nein Wo ist ein Parry? Ich hab mich gerade angeschossen Ich glaube es war Parry Da oben wieder Nein Ne, das ist Ja, das war Parry Blaber doch nicht, M16 Hallo, Harry Wir sind viel Schaden für den M16, oder? Parry, Parry Wo seid ihr denn? Boah Pfff Beratet den Traitor nicht, wo ihr seid Der wirft dann noch die Ich denk Oh egal Ja, ich denk, man darf diese Feuerdinge Oder man sollte diese Feuerdinge nicht werfen Wer soll man ja Also, wenn ich einen seh, der die wir Der wird sterben Boah! Alter! Ich glaub wirklich, es ist Parry Nein, Mann Klar Hier ist die Jesu Hi Und hier ist noch einer Wir campen hier Johnny McMahon Ich steh hier Ja, Parry ist bei dir Uh Wenn ich tot bin, dann ist das Johnny McMahon Uh Hätt jetzt ne Golden Gun, ne? Hahaha Das ist aber nicht Aber du wärst dann tot Gib's zu Toll Wenn ich tot bin, ist es Mucca Nein Leckst du auch Ja, ja Nein Perry ist Okay Perry ist es Ich glaub Mucca ist es Perry zu Perry hat doch grad geschossen Bei denen lebst du noch? Okay, Mucca ist es definitiv Nein Ist Banane Hauptsache, Perry, Perry Perry schießt ihn an Hier ist Fabi Ey, Fabi schießt auf mich Fabi, ich bin's nicht, ehrlich Trust me, I'm an Engineer Komm, ich hab doch nix gegen mich zu wissen Eigentlich Wir können, wir können Freunde sein Fabi? Äh, ich lebe noch Okay Okay Okay, wo ist Mucca? Okay, Mucca hat auf mich gesnappt Der ist irgendwo Äh Keine Nein, 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 nein Da bin ich nicht, ehrlich nicht Nein Lass mich Geh weg Geh weg Geh weg Wieder um Ich möchte mal darauf hinweisen, dass ich ein Apfel bin Blöder Deter Hat er mich nicht, er hat mich öfter nach oben beschossen Hä, echt? Oh, noch ein Sniped, du musst du gemerkt haben, dass du ein bisschen weggeflogen bist Ich hab dir erstmal so ein ganz Mann von Hatchett, wie standest du das denn? Nicht jetzt Ich hab von hinten immer wieder einen Schuss abbekommen, hab mich umgedreht, da war keiner Ich dachte mir so, what the fuck Wo kommt die Schuss her? Ich hab den Out, ich hab auch keinen gesehen, als ich beschossen wurde eben grade Ich war's aber ehrlich nicht Hätte ich ne Golden Gang gehabt, Perry wäre tot gewesen Glaub's? Oh, ich hab nen Lack Trotzdem muss ich das Doosen was Vor allem auch noch mit der Disko, die du hochgeworfen hast Hey, sowas würd ich nie nerfen Ehm, was ist der Knopf hier? Die macht leider Der macht ne Der hat noch Birk, den hab ich auch schon gefunden Dezu bleibt mal stehen Dezu bleibt mal stehen, sofort Dezu ist es Dezu 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 Aua Eltao Desu Hä? Warum soll ich nicht leben bleiben? Desu ist es Desu ist es Oha ich hab nen Geheimgang aufgemacht Boah ich kenn's wie Unter anderem ist das krass Ich bin ein Drehtor, ich hab ein Drehtor Geheimgang aufgemacht Desu bist du grad im Shop? Hä warum nein? Was hast du denn grad gemacht? Mein Headset Der Desu ist es ungelogen Du bist so Parallel Du bist so Parallel Du bist so Parallel Ich soll keine Frage, wie der Desu ist jetzt rum Hä? Hä? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ach der Kuh, der ist nicht immer noch rum Ich hab dich gesehen da oben Ich hab dich gesehen da oben Das ist schon gut Oh da ist ein paar Man-Hacks Oh da ist ein paar Man-Hacks Desu war's im Shop Hä? Hä? Nein Aua Nicht, 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 nicht Das ist mein Furby Nein! Wer hat den beschossen? Peri Stierp Stopp Peri ist weiter Warte, der ist meiner, der ist meiner Nicht, nicht abschießen Das- Nein Peri Nein! Aua! Na ja, wir haben uns- Peri Na ja, wir haben uns- 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 Ja, wir haben uns- Na ja, wir haben uns- Na ja, wir haben uns- Verge- Mal, wir haben uns- Was hat Matze für ne Waffe? Ne Sneaper Ne Sneaper hat er Fabi Fabi Wurde von ner Shotgun getötet Ernsthaft? Ja Fabi Wo ist Matze hin? Ich bin unten hier Bei Detective Ok Ich bedau mal unserem Fabi Ne Fabi Wo ist Fabi? Jo ist er Der ist irgendwo unten Hi Fabi Ach ne das war Mucca Das bin ich Lol Ich hab einen Apfel gefunden Wir können Wir können Da ist ne Bombe explodiert Da 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 Aua Aua Ich wusste dass du da drin warst Wird eigentlich das Portal hier Was da drin ist Aua Ne Ahnung Vielleicht gibt's das bei der Nachtversion nicht Emperi was bist du denn für einer? Dein Apfel Ich bin ein Eko Ok Sind wir ganz ehrlich ok? Wir sind ganz ehrlich Ich werde kein Traitor sein Und wenn dann werde ich Parry Zuerst töten Oh Detective Oh Gott Wir haben schon verloren Wow Wer war das von euch? Ok Das kommt von drin Das kommt von drin Ok Ja Ich hab wirklich Parry gerade selbst mit Incendaries voll Nein das war ich nicht Wartest du auf was snipest du? Mucca? Ich hab auf gar nichts gesnippt Ich schau mir die Option mal an Bleib mal kurz stehen Geht mich Ich wollte gerade gucken ob Pelle tot ist Weil dann ist Mucca traitor Ich hab Zuckung in den Beinen Mucca will nicht stehen bleiben Ich glaub Mucca ist es Nein Wenn ich tot bin ist es übrigens losgeladen Ich spalt dich hier nur ein bisschen im Auge Mucca will sie nicht von der Golden Gun beschießen lassen Die tut doch weh Die sieht aus wie ne Diegel Da hab ich Angst vor Ich glaub Mucca ist es Wir können den Fabi Test machen Fabi bist du ein Franzose? Ja Bist du stolz darauf? Ja Das ist Schalter Du Lügner Mucca hau ab Mucca bin ich wirklich Boah 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 Luca warst du grad im Tradershop? Klar Ich lauf immer rum Irgendwo durch Und bin im Tradershop Wo sind eigentlich hier Wo ist vor allem Peri? In welcher Ecke kommt der wieder? Da ist dieser Dieser Du bist wieder runter gefallen Haha Ja grad nur so Bisschen Aua Kann man den hier nicht? Doch Was ist los da hinten? Ich hab ein Mord begangen Ich möchte sündigen Ich möchte sündigen Ich möchte sündigen Du Nutte Desu Desu Also ähm Für gewisse User Es befindet sich so ne Waffe ABP Silence Die möchten wir doch ungern benutzen Weil die etwas OP ist Hatten wir vergessen zu erwähnen Falls jemand Falls jemand die Idee hätte die zu kaufen Oder so Wenn da mit Leuten töten Zum Beispiel Da hat die so Ja wo ist der denn? Ja wo ist der denn? Ist der hier? Nee Da ist er nicht Ich guck dir mal oben Mokko was tödest du mich einfach Ich hab mich ganz legitim da runter geschmissen Nö Desu? Kennst du diese Leute? Ach mein Gott ey, hä? Ja, ähm. Ach Mucca war tot. Wusste ich nicht mit der ähm. Wer hat sich gedacht Mucca wär das? Er hat gesagt, er möchte für seine Sünde. Hauptsache ich werde direkt hinter Desu gekillt und er merkt das nicht mal. Das geilste war, der Matsu springt so runter vom Haus. Der Desu springt hinterher, sieht ihr nicht? Suchst du? Geht nochmal nach oben, guckt ob der runter gesprungen ist oder doch vielleicht irgendwo blieb. Nein, ich hab gedacht der ist wieder hochgegangen. Hab das bald. Ich bin ja nicht nochmal da hochgegangen. Jajaja, jetzt kommen die Ausreden. Aua, ich hab Schaden bekommen. Ich hasse diese Mache. Wieso? Diese verkackten Leiter. Irgendwann fährt man da runter. Wer ist denn da runtergefallen? Ich hab das voll gesehen. Ich glaub Fabi ist das. Nein, ich glaub nicht. Hat sich stark nach Fabi angehört. Luka, hallo. 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 Geh weg von mir. Ich bin Fren, ich bin's nicht. Ehrlich. Ich hab die Waffe gefunden. Ich glaub auch. Ich hab den Namen gar nicht gesehen. Das war das Problem. Das ist aber schade. Hauptsache. Hauptsache. Luca. Ich lauf eigentlich Luca die ganze Zeit hinterher. Steh so neben den. Und der kauft die ganze Zeit so eine Waffe ein. Hm. Was kauf ich mir denn? Ich hab besser dunkel. Ich. Ey. Du kannst eine Taschenlampe. Ich benutze jetzt eine Taschenlampe. Ne. Ich finde das ist. Das verbraucht zu viel Batterien. Ich hab Outlast durchgespielt. Ich hab noch vier Ersatzperfegen. Boah. Wer schießt denn dieser verrückter Bump? Ach mein Gott ey. Mit euren scheiß Incendiaries. Nein. Boah. Wer ist da jetzt rausgeflogen? Ich weiß nicht. Wo ist der ihr so wieder runtergefallen? Wurde runterge… Wurde runtergedisst, kommut. Hoor. Hey was denn das hier fürn Portal? Tu es nicht! What is this here forn Portal? Er hat's getan. Is der tot jetzt? Oh Perry. Ja er ist tot. Heyy bist du bist stirbt? Ja. Auf wen? Auf mich. Ah. Good Job. Dann muss er hier hinkommen. Da rein. Warte, ich will den Parry mal mit. Hier ist es. Boah, man backt voll in diesen komischen Teilen hier rum. Hier, komm mit. Ich zeig dir, wohin. Hier hin. Hier hin. Johnny, bist du das? Okay. Sei ehrlich zu mir. Ich bin ehrlich. Okay, dann komm her. Ich bin ehrlich, weil ich bin in das. Dann geh in diesen Traitor-Tunnel. Traitor-Tester-Tunnel. Den da? Genau den. Aua! Wieso hat der so eine Hälfte live? Weil ich doch mal runtergefallen bin. Wieso machst du sowas? Nur Traitor fallen mir runter. War... Äh? Nur Traitor fallen mir runter. Echt? Oha, da war der D so. Oha, das war echt der D so. Äh, warum? Oha, mein Gott, Mann, Hex. Der Johnny wurde von der Armbrust weggekillt. Oh, fuck. Fuck, ich bin ein Idiot. Fuck, weggekillt. Jo, du bist nicht hier auf dem Job. Hast du Johnny McMitze getötet? Mein Mann, der D so hat den confirmed. Ja, weil ich da vorbeigekommen bin. Echt jetzt. Echt jetzt. Echt jetzt? Ey, ich hab... Ich hab... Ich hab... Nein, ich bin's nicht. Ja, ey, echt. Du hast mich mit dem Körper getroffen. Guck mal, der Aim-Tester. Oha, Fabi. Er fiss dich. M4. Ich hab doch getroffen, Leute. Mach den jetzt. Oh, Luca, was hast du denn für ein Aim, ey? Ich wollte grad sagen, Shopgun gegen M16. Das Geilste war immer noch, ne? Ich nimm mir so einen Manhawk und lauf einfach auf D so zu und töte den damit, so während der nicht beschießt. Wo ich ihn abknallt wollte. Mach saugen, Mann. Spräuch, kompetente Traitor-Kollegen. Ey, was soll ich? Mach dir den... but- Wir schießen. Einmal kurz, Afka. Wer muss schreiben? Äh, der, der neben dir glaub ich stand gerade. Ich weiß nicht genug Ich bin voll in die Luft geflogen und auf einmal da genau gelandet. Alles klar. Hauptsache noch voll rumschreien. Na, Perry ist es. Perry hat grad nen TNT zerschossen. Mach ich auch andornt. Ich hab eine Pistole der Liebe. Wer möchte die haben? Da wird eine Feuergranate nach mir geworfen. Was mit Feuergranate dauer ist? Hast du ihn getötet? Ne, noch nicht. Glaube ich. Hoffe ich. Wo ist denn diese? Ich hab doch gesagt, ich war kurz auf K. Aua! Hat nen Dasha angekriegt. Dum dum dum. Oh. Ich glaub ne Matze benutzt Bomben. Mein Gott ey. Erring. Das war ein Verwarnenschuss. Hat der Schaden gemacht? Hast du noch Fabi? Ne. Ich hab ein volles Leben. Du hast mich nicht getötet. Hör mal auf jetzt auf mich zu schießen. Der macht keinen Schaden, ne? Der Luca kommt von wo die Bombe explodiert ist. Ich hab noch 40 Leben selbst wegen der Bombe. Du bist in deine eigene Bombe reingerannt oder was? Ja klar. Das ist natürlich ziemlich wichtig. Okay warte. Ihr seid drei Leute. Komm mit. Komm mit. Alle mitkommen hier. Doch. Wir gehen in den. Komm. Wir gehen in den Traitertester. Alle nach unten. Ich geh vor. Das ist ne schlechte Idee. Vor allem. Ab gehts. Na unten mit durch. Hallo. Alter. Wie schlecht ey. Das war die schlechteste Idee die ich je gesehen hab. Jo Leute. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja dann lasst euch bitte einen Daumen nach oben da. Oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video. Und unten den letzten TTT Part. Haut raus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.